Das Fernsehen ist nichts weiter als ein gottverdammter Rommelplatz. Das Fernsehen ist ein Zirkus, ein Jahrmarkt, eine reisende Truppe von Akrobaten, Märchenerzählern, Tänzern, Sängern, Jongleuren, Abnormitäten, Löwenbändigern und Fußballspielern. Wenn ihr die Wahrheit wollt, geht zu euch selbst, weil das die einzige Stelle ist, wo ihr jemals die wirkliche Wahrheit finden könnt. Oh Mann, von uns werdet ihr nie die Wahrheit hören. Wir erzählen euch alles, was ihr hören wollt. Wir lügen wie die Teufel. Wir erzählen euch jeden Scheiß, den ihr hören wollt. Wir handeln mit Illusionen. Nichts davon ist wahr. Aber ihr, Freunde, ihr sitzt da Tag für Tag, Abend für Abend. Alle Altersgruppen, Hauptfarben, Glaubensbekenntnisse. Wir sind alles, was ihr kennt. Ihr fangt an den Blödsinn zu glauben, den wir hier verzapfen. Ihr fangt an zu glauben, dass die Röhre die Wirklichkeit ist und euer eigenes Leben unwirklich ist. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means for expanding its fear of influence. On infiltration instead of invasion. On subversion instead of elections. On intimidation instead of free choice. On guerrillas by night instead of armies by day. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Welche Wahrheit? Dass du ein Sklave bist. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Du wurdest wie alle in die Sklave bist. Du wurdest wie alle in die Sklave bist. Du wurdest wie alle in die Sklave bist. Du wurdest wie alle in die Sklave bist.